ja willkommen zurück teil 16 tag 16 vom großen weihnachtsferien special stufe 4 stufe 4 jetzt geht's rund auf der weihnachtsbraten ist verdaut wir sind fit und wie wir sind noch im verdauern bis du astronauten ding rosa ihr tausch mal ja wieso nicht dabei du hast kommt also er ist der hund ja dafür habe ich den die coole rost und die die post ging es hier das ist ja wie bei legal city ich habe den passenden anzug ich meine sind er im star wars fieber passt das wunderbar jetzt kriegt man wieder ja ja niemand ich habe gerade eben aus von jemand ein und freunde aus dem österreichischen noten von uns aus gesehen noten gelesen der den schlecht freund was ja so so ein igelfreund ja wir kennen igelfreunde ja du sowieso ich überhaupt mit einem verein ich kenne nur dich als igelfreund vorsichtig so so ja aber gut ich meine wenn der jenige star wars schlecht findet wo eigentlich die meisten sagen der ist richtig geil ja ich habe derjenige findet ja auch sonic dann besser als mario obwohl es ja gar nicht so ist ja das ist ein punkt das ist dann halt einfach eine wahl ich will jetzt ja nicht verschämt klinge aber es ist einfach eine andere war es zeichnet sich eine eine wie sagt man eine linie ab ja jedem seine meinung und wahrnehmung ja auch wenn sie falsch ist eben gut ich habe den neuen star wars noch nicht gesehen vielleicht ist aber wirklich nicht so gut ach das kann gar nicht sein aber ich abwehren und schütze ich aber was ich soll da nicht ja jetzt guck doch was da stehen lass mich auch mal hier was abwehren schießen wir auch nicht ne doch der da oben so euer frei ich bin mir immer da das ist ein gelber r2d2 ist das das macht Spaß so gut gemacht wazi wazi da war hier was goldenes ja ich toi hier noch so so gehen wir jetzt rein toi toi ach wie viel war da hier so das klingt toi ich muss aber sagen dass wir spielen ja mit dem wii pro controller ja es ist fürchte pro ja da ganz einmal gold einmal der rote aus der xeno blade oh und der goldene aus golden ja genau ja man musste sagen es war schon ziemlich ungewohnt den in dreien zu halten weil der so verdammt leicht ist ja gar nichts drin ja nichts der rumpel wenn wir jetzt in letzter zeit den switch pro controller warte ich hau dir das viel weg gewohnt ist dann war das schon irgendwie da ist man fast zur decke geschwebt ja ja wie russballon ja ich muss ja alles krampfhaft den controller hier unten halten ist so leicht ja ich hab vorhin die ganze zeit drauf gesessen das erklärt eilig hahaha und er wurde noch besser gespielt als du so siehts aus das war den vergangenen Parts äh hahaha immer drauf gesessen ich bin ein Hund ich darf ja ja bin ich da reingegangen so ich mach mal hier mach mal auf ach ne oh jetzt verdammt ich nutze einfach das Steuerkreuz das ist viel präziser naja digitale ja oh Daphne Rockstar Daphne Rockstar na immerhin das geht voran ich kann bestimmt hier so Musikwellen schießen ja mach mal auf die Tür was guckst du denn so ist so nur weil ich mal nix sagte so ich kann trotzdem noch ein bisschen ein Hühnchenkostüm ein Hühnchenkostüm ein Hühnchenkostüm ein Hühnchenkostüm ja ich weiß was ein Hühnchenkostüm ein Chicken ich will aber kein Chipkostüm ist doch lustig hahaha so spring oh Feuer Feuer Alter Alter ist der hier oh hat er irgend so ne n n n n n ah ich kann da rein wenn er mich lässt wo bin ich warte ich ich mach den greifen dann falle ich hier ja ah der greifen mit der drüben auch kannst du gleich auch da irgendwie rum ja ich bin ja sicher ja jetzt bin ich natürlich ähm hoch ja weil du die Kamera nicht so nein du hast die Kamera gar nicht wieso geht der denn denn hier muss ich jetzt müsste ich hier so jetzt gut dann lass uns rüber gehen das stehen auch noch ganz spannend Moment wie gibt's noch Snacks das ist scheiß auf die Snacks was das sind ja ganz neue Töne ja wenn der uns in der Zeit hier wegfallert guck mal ich hab schon wieder kaum hier äh wie kann man denn hier auch Mut ja du gar nicht das ist ja gut so guck mal ja das hat's schon fein gemacht jaa du bist ja schon ein ganz hoher feine Humi soo warte 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 ach komm schon warte zurück scheiß auf Snacks ich will doch kein Snack ich will Mut Mammut 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 soo soo jetzt gehen wir mal hä? ein bisschen mästern ja ich bin voll der Wursthalter ja soo oh das ist ja wie ein Toy Story 4 huch ich bin schon runtergefallen Toy Story 4 ne 3 war das oder? gibts schon so ein bisschen ne kommt das noch jaja das hättest du gar nicht sagen dürfen sonst kriegen wir wieder Probleme mit den Snacks schon wieder so wie die letzten Male als wir äh als wir Flucht der Karibik 5 angekündigt haben verraten haben miss den Plot komm lauf spring doch einfach drüber über die sonst kann man hier nie weiter ja es gibt doch Snacks ja ja während ich mich hier verfrüchen lasse aber dann fahren wir doch wieder zurück jetzt ja auf und vorwärts du vorwärts du vorwärts du vorwärts du vorwärts du vorwärts du 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 ja das kann ich ja und die grünen teile ja die grämmel kommen immer wieder die grämmel kommen immer wieder alles erledigt ja und jetzt schieb sie noch und dann kommt der Schein noch rum da oben ist noch ein Scooby Ding erzähl mir nichts ja ich so ich so wechsel doch mal die Charaktere ach wir sind ja gar nicht da oh wir sind ja gar nicht da oh ja ich so das ich geh da mal weiter oh der Affe da hinten guckt wie du ja der ist auch cool hoch hoch ich hab mal kurz geguckt da kommt das denn dafür da unten gab es keine Stubi Snacks ok ja ja da muss ja los hier los gleichzeitig ja auf oh oh ey ja ja was zu wollen lasst du dich alles ausmachen dann können wir noch mal kein kein und so weiter ja Achtung 3 2 1 ein Schaltermann ja ein Schaltermann ja ich muss also hier die guck äh ich fang mal weiter ok 3 2 1 so kommt hier weg seht ihr wenn der Scooby die angeht nö äh das wollte ich nimmer schauhund du nimmst du ständig was hier also immerzu 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 mehr als andere wir sind ja zurück jetzt noch so ein hier guck mal das ding zeigt doch an was wir machen müssen ja kawau so äh äh ein Schaltermann ja auch so schön da ist noch jemand so ja also man mensch warum der Gleise hoch gell einmal mit profi mensch das Kind wuuu 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 3 2 1 wuuu wuuu krass 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 ja schön oh alles grün ich grüne Bereich wuuu 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 da hinten drauf da guck mal da ist auch nicht da oben höhste fußendive da hat auch kein Prudios war doch noch da komm ich hin da dran da werde ich mich jetzt teleportieren ja mach mal guck wir habs geschafft ja ganz genau lustige Spuren sammeln mit Scooby Do das ist der nächste das ist der nächste so das tat weh sind wir vorsichtshalber runter ja da kann man jetzt nö wir kommen und sterben ja warte von ihnen sie sterben ist gebollt was go 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 warte und die von mir zufrieden und dann finden sie sterben dass sie sterben ist gebollt der großartige der großartige warte wir haben aber nicht mit dem was nicht geschlafen hier muss ich da runter müssen ne da hinten ist ein Duttelteil ah aber das die Perspektive ist scheiße aber ich komm mal mit hier vor die Perspektive ist schwul dann alle ja jetzt ja ja juhu wer hat es gemacht wer hat es gesagt du sollst es machen niemand hat es gesagt die Wahrheit könnte die Allgemeinheit für uns ja wieso denn ich will auf reisen das wird doch nicht och man ist das langweilig diese nichts kürmerei ich glaube geht es doch mal an diese kacke was ist denn das für ein schweiß da kann man aufdruck so sagt er ja keine kacke ja ja scooby power scooby 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 da lang ne guck mal da drüben sind wind da drüben sind wind windstöße windfähne scooby auch so siehst du und hier kann man jetzt ganz leicht wenn man sieht ja dann gehen wir da rein soja nämlich nicht ja ich würde gern mach mal versuch irgendwie da ich sehe gar nichts jetzt ja ich bin deine kamera kamera ja ich bin extra jetzt runter gesprungen ja es scheiße reicht wo bin ich denn das ist sehr unwitzig das ganze warte lauf du nach vorne lauf einfach immer nach vorne ja ich lauf ich lauf nach vorne jetzt ja ich bin schon und strick nach vorne gesprungen ich hoffe die entwickler sehen dieses video und schämen sich für den nachfolger ja ja auf switch diese fehler zu vermeiden ja ja ich bitte darum so geht es ja im rufen es wäre grundsätzlich schön gewesen wenn die das spiel auch mal selbst gespielt hätten ja bevor es es veröffentlicht aber das das ist das war unklemm war unklemm aber das waren die entwickler auch so oh und ansage da oh ratten hu ah shit Könnte das ne Spur sein? Hast gemerkt, gell? War dumm, was denn? Ja da war so'n... Ehm... Kriegst nüsch'n mit! Du hast HALOS! Die Leute werden's sehen, wenn sie das Video sich anrufen. Und beim dritten mal reinklicken. Und vielleicht steckt er in Schwierigkeiten. Wenn ich so'nen coolen Hut verlöre, würde meine Mutter mit... Verlöre? What the hell? Was wegzumachen! Oh je! Noch mehr Arbeit für uns, Skogs! Noch mehr Arbeit für uns, Skogs! Das war jetzt aber... Das war mies, gell? Nichts an, sonst hier an! So! Oh! Ist ja Action ohne Ende, gell? Jetzt zieht's offentlich an, du! Das ist ja schlimmer als Uncharted! Was? Was? Ich spiel doch die Coolings hier bei euch! Ich denke, ich spiel doch! Gibt's aber doch selbst, oder? Deine PlayStation! Ich spiel doch mal! Hahaha! Das heißt also, du bezeichnest mich als Cool! Hä? Wenn du das zu sehen willst! Ich wohne mir jetzt hier an Mutomaten! Mach mir mal Mut! Und alle Spürnasen! Zeit fürs Abendbrot! Abendbrot! Huuu! Baaah! Badaaa! Da kein Zettel! Puuu! Ich hab nicht gelockt! Ja, renne mal nicht weg! Ich renne jetzt weg! Ich geh nur hoch! Ist alles voll noch! Bestehst du? Mann, Mann! Ich muss mich hier mit den Teddys rumärmen! Und noch einen Scooby-Teil gehen! Oh! Du kriegst nichts! Ich bin doch schon da oben! Ja eben! Merkst du was? Jetzt bin ich wieder unten! Oh ja, auch wegen dir! Das macht Spaß! Ich bring dich zurück ins Tier! Wir können fast ein Gewinnspiel veranstalten! Ja! Wer uns sagt, wie oft wir die Schuld auf den anderen geschoben haben? Die Antwort ist immer! Ja! Ich würd sagen, die Minuten kann! Da oben ist was Gold muss! Was heißt die Luft, die da rauskommt? So! Jetzt? Ja! Genau! Merkst du was? Ja! Du hast Mist gebaut! Ne! Oh! Schön! So! Gut! Im Gleichwild! Im Gleichsprung! Wir sind das Suizid-Kommando! Den haben wir es gezeigt! Kann ich da rein? Ich kann da rein! Ich kann da rein! Ich bin auch da rein! Da ist nämlich was hier auch schon! Tada! Da kommt sicher was entgegen! Also wer hat's wieder verbockt? Natürlich! Weil er erst da einfach hinterher rennen wollte! Ja weil du mal weg rennst! Ich muss ja hinterher! Was denn? Weiß! 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 Das war die Kamera! Das war die Kamera! Ja genau! Du hast das gefremst, die Figur nach links gezerrt! Ich! So! Ich schieb's auch auf die etwa los! Mensch! Schwimm! 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 Wow! BAM! Das war aber hier! Damit haben sie nicht gerechnet! Hm! Hm! Kann man's vergessen? Guck hier mal! Nee! Geht aber normal! So! Man muss nur runterfallen! Ja! Da unten war der Zähler nämlich total da! Ja! Aktiviert beim Fall! Ja! Wird mit menschlichen Überresten aktiviert! Ja! So! So! Jetzt! Guck! Die Kamera, wenn du nicht mitkommst, setzt die Figur weg! Siehst du? Aber hier bin ich gut! Ja! Warum geht das nicht? Oh! Ja jetzt! Was ist denn das für ein Party Ding hier? Ja! Das geht... Ja! Hallo! Die ganze Zeit ist es offen! Dann geht's zu oder was? Wer macht denn sowas? Kann man da runter? Wieder was gelernt! Da lässt ja die Hälfte liegen! Ja! Ich bloops nicht! Ich will nur los! Ich bloops! Ja! 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 Wir haben einen Meilenstein erreicht! Und der wäre? Ich weiß nicht! Wir sind noch nicht durch! Level Mitte oder kurz vor Ende! Äh... Klar! Und als erstes müssen wir auf die Kunden hier! Da oben ja! Ja! Glock mal die Kunden! Wie war das? Man kann auch... Glocken! Mit A! Mit A! Dann schleuderst du mit der Kabel zurück! Ja! Hab ich fast! Dann sind die ganz schnell Geschichten! Dann erzählen die Geschichten! Ja! Ja! Und? Hast du gesehen? Ja! War schon die ganze Zeit hier! Ja! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ist der Uncharted! Ja! 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 Da kommt die Fat Backe noch! Oh! Nichts! Oh! Wieso! Diese Gegner jedenfalls! Ja! Die sind ähnlich hoch wie bei Spongebob! Ja! Aber hier sind noch ein bisschen mehr als bei Spongebob! Zum Beispiel eine! Ja! Die sind ähnlich hoch wie bei Spongebob! Ja! 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 Die sind auch hier! Ja! Können Sie? Ja! Ja! Ich habe ihn gesehen! Ich hab ihn in den Leidenschaft! Of course! Tschüss! Vielen, vielen Dank! Was ist das denn? Was ist das denn? Da ist doch was denn! Da ist doch was denn! Ich glaube wir müssen ihn da oben, was wir gerade nicht machen können Ich habe schon 20 Rakete Ich habe schon 20 Rakete Merkst du was? Was ist falsch? AU! Jetzt ist er kaputt Jetzt ist er kaputt Jetzt ist er kaputt Kommt immer noch So langsam Ja geht doch Auf gehts Ja super Wurst Einwandfrei du Schön Und das Kostüm freut mich Ich hoffe das können wir gleich mal ausprobieren Ja du darfst es nach der Aufnahme anprobieren Ja Das müsst ihr zum Glück nicht sehen Nein Was ihr dagegen sehen müsst Teil 7 Oh Wie aufregend Morgen dann Genau Machts gut bis dahin Tschüssi Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank.